Der Südtiroler Landtag war vom 12. bis 15. September zu seiner letzten Sitzungsfolge der 26. Legislaturperiode einberufen. In dieser wurden drei Landesgesetzentwürfe der Mehrheit genehmigt. Der erste befasst sich mit den Verbindlichkeiten außer Etat. Um solche handelt es sich, wenn die vorgesehene Prozedur nicht eingehalten werden konnte, wie beispielsweise bei der Jägerprüfung, bei der sich so viele Kandidaten wie noch nie angemeldet hatten, weshalb die Kommission mehr Stunden als vorgesehen geleistet hat. Gemeinsam behandelt wurden das Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2024 und der Haushaltsvorenschlag der autonomen Provinz 2024-2026. Der Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für das Finanzjahr 2024 sieht demnach für die Kompetenz je 6,66 Milliarden Euro und für die Kasse je fast 8 Milliarden Euro vor. Beim vorgelegten Haushaltsvorenschlag handelt es sich um einen technischen Haushalt, das heißt einen Haushaltsvorenschlag, der aufgrund des Endes der Legislaturperiode keine größeren Umschichtungen von Ausgaben vorsieht. Angenommen wurden auch zwei Beschlussanträge der SVP, einer zielt darauf ab, zur Stärkung der gastgewerblichen Nahversorgung die bestehenden Förderkriterien zu deren Gunsten neu zu bewerten, der zweite befasst sich mit der Vereinheitlichung, Vereinfachung und Beschleunigung der Anerkennungsverfahren für von Südtirolerinnen und Südtirolern im Ausland erworbenen Berufsausbildungen. Ein Jahr gab es ebenso für einen Beschlussantrag von Grünen und Team K, den Abgeordnete der SVP mit unterzeichnet hatten. Mit diesem wird die Landesregierung im Zusammenhang mit der Unterschutzstellung von Langkofelgruppe und Kumpfinböden unter anderem verpflichtet, die betroffenen Gemeinden bei der Durchführung des gemeindeübergreifenden Partizipationsprozesses zur Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungsprogrammes zu unterstützen, wo die Bevölkerung die zukünftige Entwicklung des Wasserschutzgebietes Kumpfinböden und der Langkofelgruppe mitbestimmen kann. Auf der Tagesordnung hatte zudem die Kenntnisnahme der Berichte zu den Arbeiten der Untersuchungsausschüsse via Neues-Neu und öffentlicher Personennahverkehr gestanden. Zum U-Ausschuss via Neues-Neu war ein Abschlussbericht technischer Teil vorgelegt worden, der von den Ausschussmitgliedern einstimmig genehmigt worden war. Zur politischen Einschätzung der Arbeiten waren indes fünf Minderheitenberichte eingegangen, einer von Südtiroler Freiheit, einer von Demokratischer Partei Bürgerlisten, einer von Fünf-Sterne-Bewegung, einer vom Team K und einer von den Grünen. Zum Untersuchungsausschuss ÖPNV war ein von freiheitlichen Team K Südtiroler Freiheit, Fratelli d'Italia, Perspektiven für Südtirol, Enzian und Fünf-Sterne-Bewegung unterzeichneter Minderheitenbericht vorgelegt worden.